an den hänger dieses geräusch was die machen aha komm du mal her wollen wir mal sterben kannst du mal ein bisschen sterben das ist ne popgang womit ich dich hier beschieß nicht irgendwie so ein bei mir verschwimmt alles gerade ja das ist irgendwie das hat mich gerade ach so ich dachte das hätte mich angegriffen aber das stand mit dem rücken zu mir deswegen war ich ein bisschen ach ist das kacke dann machen wir es eben nochmal jetzt ist nochmal ordentlich hin hier so das gibt es doch nicht ja das hilft meistens ja weil mich so halb hängend auf der couch rumlümmelt was haben wir hier eine handgranate das ändert sich ja ist schön ja ich wollte gerade sagen ich habe eigentlich gedacht irgendwie das wird so normal da drin spawnen also dass das so programmiert ist ja anscheinend nicht ach ja hier kommen ja die ollen ich habe dir gerade mit dem scharfschützen gewährens gesicht geschossen auch der hat ein hellmann das erklärt so einiges ich dachte das wäre eine maske gewesen kann auch eine maske sein kann auch eine maske sein machen wir es nur eine maske auf warum liegt der stroh rum stroh rum stroh 80 so ekelhaftes zeug ja ich habe da nur was angerochen wir haben das früher haben wir das immer in von der cola flasche ein bisschen was abgetrunken und dann mit stroh rum aufgefüllt das war bei uns bekannt als böses cola das war auch echt böse so viel pistolen munition nehme ich mir auch was mit ich sterbe ja gleich wieder was machst du dafür krach die boxen kaputt soll ich heilen ja könnte sie machen jetzt lohnt sich's ok ich übertreib mal gleich beminschen so lege ich das hin ein bisschen so dass die sequenz kommt und dann platzieren platzieren und mieten weg komm mit mit nee das ist nicht ein warum hat es die musik die musik das kommt mir viel zu nah und es hält mir viel zu viel aus sowohl zu dem thema ist es tot ja stein der macht also hat es hat wahrscheinlich doch die mine was gebracht ich hoffe doch sonst wäre es ja jetzt umsonst oh da sind wieder welche ob ich die so erwische von hier ich glaube es nicht ja den hier vielleicht wenn er mal still halten wird wenn er mal still halten wird äh oh da ist er der nächste schon nein komm on wie komm ich denn anlösen da was machst du denn wie er tropfts ich habe nicht gesehen wie man sich von der wand weg macht zack ich weiß ja nicht ob ich die ganze munition hier verbrauchen möchte springen auch hier von irgendwo wird gezielt das ist nicht toll mag nur munition toll die habe ich auch nie mit oh der hat ein so ein pimmelkopf steht er denn ach da steht er er kommt auf dich zu ja voll daneben geschossen ist er tot ich glaube jetzt ist das ja ja und die musik ist auch aus ich mach doch nochmal einen schritt zurück komm mit juli juli springen man kann das auch springen noch nicht ach so ich glaube die wabbel stellen die helden wabbel stellen das muss man treffen ja wenn man es jetzt noch treffen würde wäre es echt von vorteil meine herrschaften ich habe jetzt auch nur noch elf schuss das ist nicht viel also in meiner wubbel wubbel wir haben noch drei hier liegt noch maschinengewehr munition ach super was haben wir denn gegen die wand drehen da kann man einen schalter betätigen aber da hinten ist noch ein raum ja genau da lauf 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 ja da ist es ja schon nicht diese fucking ernst war das sonst so schwer nähen oder nee das ist normal warum müssen wir das jetzt alles nochmal machen das ist ja echt mies ich hoffe dass das ab dem nö ich habe gehofft dass das da ist wo wir drüber springen mussten dass da ein speicherpunkt war aber nö warum auch das wäre auch viel zu einfach hm müssen wir uns was anderes überlegen habe ich denn noch irgendwas an granaten mit nö habe ich natürlich nicht also granaten habe ich noch handgranate blendgranate und brandgranate mhm dann würde ich da mal vorschlagen eine brandgranate zu probieren ja da sind sie ja schon die schweine hör auf rumzurollen was machst du da wir sind hier nicht in einem 80er actionfilm oh den hast du schön äh getroffen ja beide ganz gut gekriegt doch ja warte mal ich sehe dich aber du mich noch nicht hör mal auf so zu wackeln so und hier kommt der letzte dann schieße ich in den Sack so hast du davon haben auf jeden Fall weh getan ja ins Gesicht konnte ich ja nicht schießen ja ging ja nicht so dann mal schnell die Kisten wieder hier das wird so Schrottgewehr Munition liegt hier rum hole ich sofort bevor sie weg geht Mann, 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 Mann die Viecher, ne? mhm die sind echt ätzend hatten wir es mit denen schon mal vorher zu tun ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern ich meine einmal oder so Matten Munition Pistole Hero und Maschinengewehr sonst ist hier alles weg? ja soll ich die Mine nochmal platzieren? ja würde ich machen und soll ich nochmal heilen? ach ne du bist voll ich bin voll du kannst gerne ja so ach da kommt warte mal da hinten kommen nochmal welche da sind zumindest nochmal welche Garant M1 Garant M1 Garant weißt du was denn M1? ja zu rennen willst du springen du willst sterben, okay ja ich denke mal den nimmst du mir vor vielleicht sehe ich die die anderen sehe ich aber nicht aha ah jetzt springt er ich hoffe mal nicht dass der den auslöst auslöst bam oh der wie hast du ihn gerade eben genannt? der Lümmelkoppe Lümmelkoppe ging ja ganz gut der ist fertig aber noch einer da kommt einer habe ich gesehen special role pam da drüben steht glaube ich noch einer ne ähm könnt ihr mir vorstellen könnt ihr mir vorstellen ach da kommt pass auf da kommen noch welche können wir vorstellen dass das Ding gar nicht kommt solange der Rest da ist oder weil wir es vielleicht schon mal besiegt haben dass es nicht nochmal kommt aber hallo manchmal verstehe ich das spiel nicht weißt ja da schießt du den mit dem scharfschützengewehr in den Kopf da passiert nix waren das nicht zwei? ja da kommt jetzt noch einer der ist nicht so schlau der hat sich gerade rumgerollt ja ich kann seine Knifte sehen aber ich sehe den Typ nicht da ist er ja da hüpf action roll ins Gesicht du hast keinen Kopf mehr nochmal eben schnell nachladen und dann wollte ich ja die Mine platzieren mal gucken ob es jetzt nochmal kommt ich wollte meine Waffe holen ich glaube schon dass das noch kommt ich glaube das kommt gar nicht mehr oh da hinten wird geschaut oh oh fuck ich habe fast überhaupt keine Energie mehr bist du sicher dass das nicht mehr kommt? normalerweise kam das als wir hier gestanden haben und ich meine die gaben ja auch hier Schätze ich könnte mir vorstellen dass sie nicht nochmal kommen du meinst du es sind so kleine Mini-Bosse oder was? ja Magnum Munitionen ich kann ihn nicht aufnehmen ich bin voll achso aber er hier müsste ja dann eigentlich nochmal kommen oh ja nie geplatziert kannst du wieder aufheben ne? falls es funktioniert den umzulegen wo läufst du denn hin? wo muss ich jetzt hinziehen? ach das war denn echt das war denn echt voll egal dass ich da dass da eine Miene lag und das ist immer noch egal dass da eine Miene lag jetzt ist es ihm nicht mehr egal Mann der Fresse so Magnum Munition kann ich den wieder mitnehmen aber das war nicht der der uns getötet hat Stein der Macht der der uns getötet hat war kurz vor der Tür stimmt hm deswegen wundere ich mich jetzt warum der ja soll man mal gucken? Moment halt oder soll ich uns rein machen? ja 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 gut guck mal schau mal warum kommt der nicht? ich mach mal die Tür hier auf ich bleib mal hier stehen ne? hier gibt es eine piffpaff ist wieder ein scharfschützengewehr und ich bin voll toll ich bin voll toll hier gibt es jede Menge Zeug zum einsammeln sicher? ja oh nein ich bin auf dem Weg kannst du dir die Tür auftreten? ne hier gibt es auch einen Hebel aber ich weiß nicht wofür der ist oh das nehmen wir mal mit dem Crowd hier so viel Zeug und ich kann es nicht verwerten ähm weil wir sie haben vielleicht kann ich nachladen ja die kniffte würde ich gerne mitnehmen ja dann nehme ich die mit dann gebe ich die aber bin ich der voll ich meine die geht ja auch nicht weg ich meine hier sind noch Handgranaten ich weiß nicht ob du dich noch mitnehmen kannst so da im Regal wenn man die stacken kann dann ja sieht so aus ne? soll ich mal hier den Hebel ziehen? komm ich zieh mal den Hebel oh no ah ach das hat die Ziehkonsole hier angeschaltet okay achso ich dachte ja ihr müsst den zusammenziehen ne das nicht sowas dachte ich aber jetzt hat das Viech nochmal eine Möglichkeit ich lauf mal ah es kommt hier ist ne Blankgranate du Viech hat's überhaupt nicht gejuckt mal äh ich will das nicht was mach ich denn jetzt? ja lass nur ich glaube ich ja aber meine Brandgranate ist oh ich was ist denn wenn ich das jetzt loslasse das hat dich irgendwie fixiert irgendwie was ist schon jetzt in der Hand das macht soweit nix warte ich gebe dir die einfach ich weiß nicht was ich damit machen soll hier ja ich hatte R1 gedrückt gehalten da wusste ich nicht was ich jetzt wenn ich loslasse ob du die schmeißt oder ne ich glaube zum werfen musst du dann noch äh erst schießen tatsächlich erst zoomen